herzlich willkommen zu einem neuen video zu meinem kanal jemand im kommentar ein video vorgeschlagen und er hat geschrieben dass wir eine Wurmtour machen sollen und grüße gehen raus an den Altin und ja fangen wir mal an. Hier rechts gibt es zwei Uhren. Da steht Kirschblüten 2017 das war mit Wiener Vittorio und das obere war bei SC Woloskommens 2017 und das war auch ein Turnier. Das war mit dem Trainer Abdullag. Was hast du noch? Dann hier hier ist ein Bilderrahmen wo ich mit dem Fußball begonnen habe. Hier sind so Fotos und so und da da waren wir in einer Talentshow und die heißt die große Chance oder die die große Chance. Der Chöre. Ja der Chöre und dort haben wir ein Lied gesungen und das heißt Hip Hip Hurra und da bin ich. Warte mal schon mal. Da in Halle und da bin ich. Da war ich ziemlich klein, da war ich sechs Jahre alt. Das waren die Moderatoren glaube ich. Da war ich sechs Jahre alt. Und auch ein paar Bilder. Vor sieben Jahren knapp. Da war Roman Gregori. Sie war, Larissa war damals Jöreurin und so weiter. Ja. Willst du weiter gehen? Ja dann hier. Ich war hier in einer Barca Academy. Ja. Da habe ich eine Woche trainiert und August, den 9. August 2019, und ja ich habe dann eine Urkunde bekommen. Ich fand es sehr cool dort. Und ja. Warte mal das Licht. Ja. Ja Nadine Stätte auch. Dann links hier. Da waren wir in 9. In Salzburg hatten wir ein Turnier. Wir wurden qualifiziert. Und da waren 50, 70 Mannschaften oder so und wir wurden da zwölfter. Aber wir haben da gegen... Wir haben dann Liverpool getroffen. Und jetzt haben wir hier ein Foto mit dir gehabt. Mit Liverpool? Ja. Mit der Victoria FC Liverpool 2017. Ja. Vor vier Jahren. Ja. Dann hier. Das finde ich echt cool. Mein Onkel war in Thailand und hat eine... Eine Kalikatur. Eine Kalikatur. Ja. Für mich gemacht. Und hat das mir dann gegeben. Ja. Und das finde ich echt cool. Ja. Dann hier ist mein Neonlicht. Ja der nicht eingeschaltet ist. Soll ich ihn mal anschalten? Ja klar. Okay. Dann hier ist eine Urkunde. In Salzburg. In Salzburg war er da. Ah ja ja. Das war in Salzburg. Ja. Und da haben wir eine Urkunde. Das war das gleiche Turnier wie hier. Ja. 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 Da habt es denn... Von 65... Glaub ich... Weiß nicht wie viele Mannschaften waren. 300? Na. 150? Na schon. Aber im Finale dort in Salzburg waren wir glaube ich über 50. Ja 70 oder 60. Oder 70. Weiß ich nicht. Ja. Ja. Wir wohnen auf der 12. Platz. Ist auch gut. Ja. Und das ist ein... Teilnahme. 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 Ja. Ja. Dann hier sind meine Medaillen. Sind sehr viele von Turnieren und... Ja. Von welchen Turnieren? Da zum Beispiel ähm... Vor Kap da waren wir in Kroatien. Ja. In Krujena. Wie viele sind das? In Rebenwerk. Das da war in Prag oder? Zeig mal das von Prag. Das ist der große? Ja, dieser blaue. Mit Respekt. Ah ja. Da. Warte mal. In Tschechien. Die Hauptstadt ist Prag. Ja. Warte mal, warte mal. Oh. Halt, halt, halt. Strachhof. Ja, bitte. Ja. Sollen wir zu den Pokalen gehen? Ja. Hier. Das ist Toni Polster. Auch ein sehr bekannter. Der war äh von österreichischen Nationalmannschaftsstürmer. Ja. Ich meine jetzt ist er bei Wiener Victoria. Jetzt bei Wiener Victoria. Ja. Und ja. Was ist bei Wiener Victoria? Äh, Kampfmannschaftstrainer. Trainer, ja. Mit Unterschrift. Ja, Familie Unterschrift, ja. Ja. Dann hier, da wurden wir zweiter Platz. Irgendwo. 2018. Hier wurden wir Elferkönig. Ja. Was ist das? Qualifikation. Ja, das ist die Qualifikation für, glaube ich, Salzburg. Ja. Dann habe ich hier ein Armband von Barça Academy. Mhm. Dann habe ich hier den ersten Platz. Favoriten, Halenturnier. Mhm. Dann habe ich hier ähm ... Das ist ein Geburtstag von Nathan, glaube ich. Ja, von Nathan, von seinem Vater. Mhm. Dann hier ... Das ist von Wiener Victoria in Aband. Ja. Ja. Dann hier wurden wir wieder erster Platz. Wo ist das? Juniors Halenturnier 2019. Ich weiß es auch nicht. Hier wurden wir vierter Platz. Qualifizieren war das. Ah, qualifizieren wurden wir vierter Platz. Ja, ihr habt sogar zweimal euch qualifiziert. Mhm. Hier wieder zweiter Platz. Mhm. 2016. Wir waren 16. Wir waren 16. Und da ... Und da ... Keine Ahnung. Welcher Platz? Ah, da waren wir ähm ... Da liegen Besiktaschen zu. Ah, da war ja ... Das hat jeder einen ... Ja, jeder hat was bekommen. Mhm. Ja. Ähm, so halt. Wir waren ja zweiter Platz. Dann hier, das ist mein Highlight. Das finde ich bis jetzt immer noch sehr cool. Das ist von Merkli Mavray, der früher bei Köln gespielt hat. Und Nationalmannschaft Albanien. Er war echt ein ... äh ... Superspieler. Und ... Und hier hatte ich da Geburtstag. Und da steht für Ryan alles Gute von Merkli Mavray. Er ist dann mir gesendet. Und da. Ah, bis jetzt. Ja, das ist original. Jetzt spielt er in der zweiten Liga. Der Trainer spielt jetzt bei Austria. Ah, der Peter Stöger. Mhm. Ja. Äh ... Ja, dann gehen wir mal weiter. Warte kurz. Was ist das? Das ist ähm ... ein albanischer Ball. Ein albanischer Ball. Ein Ball mit ... ein Adler. Ja. Ja. Dann hier ist mein Gaming Stuhl. Ja, GXT. Da spiele ich immer. Den finde ich auch sehr cool. Könnt ihr auch holen. Ähm ... Ja, hier ist ... die Kamera für die PS5. Die habe ich noch ... noch nicht. Ja. Hier ist von meiner Schwester die Küche. Nicht die Küche. Kassar. Ah, Kassar. Ja. Hier ist meine PS5. Wer? Ja. Und dann ... ein Drucker. Drucker, wenn man für die Schule braucht, was zum Drucken. Ja. Ein Bild von Dauphina. Ein Bild von mir. Steine. Eine Lampe. Eine Kassar. Was ist das? Kassar. Ein Konto teurer. Drinnen. Nein. Ist mehr, aber ... Ja. Und an der Stelle wollte ich noch sagen, wir haben eine Lizenz bekommen von ... Lizenz? Lizenz. Dass wir jetzt somit mit YouTube Geld verdienen. Je. Und das ... ähm ... haben wir schon vor ... Weiß ich nicht. Egal. Ja, egal. Ähm ... Und da steht auch ... der Name ... Atme. Ja. Da muss man die Atme selber ... Ja. Und der Code ist drinnen. Ja. Der Code ist auch drinnen. Ja. Aber den zeigen wir euch jetzt nicht, weil ... Ja. Ja. Also ... und den Kanal. Und ... Bitte abonnieren. Ja. Und ja. Äh ... Dann hier ist mein Frank. Äh ... Mit einem Basketball. Eigentlich ist das ein normaler Ball. Aber ich benutze ihn manchmal zum Basketball, wenn mir langweilig ist. Ähm ... Ähm ... Da oben ... Da oben sind Spiele. Ähm ... Ja. Und meine Schwester spielt manchmal ... Und eine Gitarre mit ... äh ... Was ist da? Ein Keyboard. Ja. Und eine Gitarre ... Ja. Wenn du alleine bist, dann spielt Musik. Nein. Daphina macht das. Daphina macht das. Daphina macht das. Daphina macht das. Ja. Bist du kein Musiker oder was? Nein. Daphina macht das. Ja. Okay. Hast du noch was zum Zeigen? Den Controller? Den Controller, den ich gerade lade. Okay. Ah. Balkon ... Ja. Das wollte ich auch zeigen. Es ist jetzt dunkel, aber ... Geht so schlimm? Ja. Es ist nacht. Es ist nacht. Was hast du am Balkon? Ja. Sollen wir aufwarten? Ja. Es ist kalt, aber ... Kommst du mal mit? Es ist nacht, aber ... Ja, egal. Ähm ... Hier, ja ... Ein Tor. Ein Tor. Ein Fußballtor. Andere Sachen ... Wie ist ein Fahrrad ... Ein Basketball hast du? Ja. Nicht aufgepumpt, aber ... Ja. Dann hier ist für meine Schwester Kinderwagen. Und zum Sitzen? Zum Sitzen. Und hier Bänke. Sollen wir den anderen Balkon auch zeigen? Ah. Dort ist Elternbalkon. Ja. Dort ist mein Balkon. Ja. So. Hier noch ein Fahrrad ist da. Oh, ist gerade ... Ja. Ja. Okay. Dann ... Erabschiede dich. Ja, ähm ... Ich hoffe ... Warte, mach mal die Zwitschung. Ja. Es ist schon ein bisschen kalt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ... Schreibt Ideen in die Kommentare. Wir ... Wir versuchen es auch zu machen. Also wir werden es machen. Äh ... Und ja. Abonniert den Kanal. Liked. Aktiviert die Glocke. Und schreibt in die Kommentare unbedingt, was wir machen sollen. Und wir versuchen es zu machen. Wie jetzt? Ja. Okay. Wir machen es. Also. Papa. Tschüss. Bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Bitch. Kommst du weiter. Bis später. Schuss. Gebt I'm a Phenomenon